Hallo meine Lieben, da Story of Seasons Trio of Towns bald endet, möchte ich ein neues Farming-Projekt starten. Zur Auswahl stehen zwei Spiele, Harvest Moon, Geschichte zweier Städte und Harvest Moon A New Beginning. Zu Harvest Moon A New Beginning möchte ich sagen, dass ich das eigentlich spielen wollte, da das der direkte Vorgänger vom allerersten Story of Seasons ist, auch von denselben Machern ist, aber leider kennen das Spiel kaum Leute und es kam in Deutschland auch noch auf Englisch raus und deswegen haben auch viele gefragt, ob ich nicht einfach Geschichte zweier Städte spielen kann. Und deswegen dachte ich mir, okay, lasse ich euch einfach mal entscheiden, was von beiden ihr lieber sehen wollt. Ich werde ohnehin früher oder später beides spielen, aber was ich zuerst spiele, lasse ich euch entscheiden. Okay, so, also dann läuft die Umfrage jetzt einfach über YouTube. Oben rechts wird vermutlich ein kleines Infokästchen mit der Umfrage jetzt sein und gebt einfach eure Stimme ab und das nächste Projekt wird dann bald gespielt. Ich freue mich schon. Tschüss!